An der Grenze hat's Feuer weggegeben. Jemand ist rübergemacht. Ein harter Bursche, sagt man. Halt! Alarm! Leben Sie auch allein? Ja, ich hab ein Kater. Komm, hochverdammt, du Arschloch! Er wurde geschnappt. Besser gesagt, ich hab ihn geschnappt. Der Jesenik-Zug. Er redet nicht. Man hat gesehen, wie Sie sich unterhalten haben. Er ist stumm. Ach, stumm ist er. Ihr versteht es nur nicht zu fragen. Wir haben noch immer alles erfahren. Sie lesen Fahrpläne? Es beruhigt mich. Aber da steht doch immer dasselbe, oder? Na eben. Halleluja. 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 Halleluja.